Mein Name ist Sven Völker. Ich illustriere, schreibe, ich mache Bilderbücher für Kinder und Erwachsene. Also ich finde Machen beschreibt eigentlich ganz gut, was ich da tue. Das Zusammenfügen von Ideen, Konzepten, Gedanken durch Bilder, durch Worte, durch Sprache in einem sehr kleinen, einfachen Format auf sehr wenigen Seiten. Das ist das, was mich am Bilderbuch machen sehr fasziniert. In meinem Buch Eine Million Punkte geht es um das Zählen und um Zahlen natürlich, aber es geht mir vor allem um die wirklich großen Zahlen. Ich wollte ein Buch machen, in dem wirklich viele, viele, viele Dinge gezählt werden können und es um große Zahlen geht. Das war am Anfang mir nicht ganz klar, dass das gelingen könnte, wirklich über eine Million Dinge am Ende abzubilden. Aber als ich erst mal die Idee hatte und wusste, wie ich das auch erreichen kann und wie das, wie das innerhalb weniger Seiten eines Bilderbuches auch funktionieren kann, da fand ich das wirklich sehr faszinierend und hatte, ja, es ging dann auch ganz schnell, dass ich dieses Buch realisieren wollte. Auf keinen Fall. Mathematik ist in der Schule ein Fach gewesen, das mir relativ wenig Freude bereitet hat. Ich war auch nicht gut und im Nachhinein ist es fast schade, denn dass die Mathematik eigentlich eine sehr interessante Art ist, die Welt zu betrachten, zu verstehen, auch zu erklären, das ist mir eigentlich sehr viel später ist klar geworden und dass in der Mathematik nicht nur richtig und falsch und Rechnen und Gleichungen steckt, sondern dass in Mathematik auch eine schöne Schönheit und eine ganz besondere Ästhetik steckt, das finde ich total faszinierend. Nachdem ich über das Prinzip des Verdoppelns nachgedacht hatte, war relativ schnell klar, dass es funktionieren kann. Ich habe auch eine Weile noch gebraucht und getüftelt, bis ich heraus hatte, wie es wirklich funktioniert, dass am Ende über eine Million kleine Punkte auf den Seiten auch wirklich zu sehen sind, die man auch mit bloßem Auge oder mit einer Brille auch erkennen kann, also wirklich da sind. Das hat dann funktioniert und dann war ich im Grunde, dann ging das ganz schnell. Ich war fasziniert von dieser Idee, aber auch von dem Gedanken, dass jede Seite eigentlich immer komplexer ist, wird und gleichzeitig immer klarer. Wir fangen mit der 1 und der 2 und der 4 noch relativ abstrakt an und man kann natürlich nur, man sieht nur Kreise und weiß auch nicht unbedingt sofort, was es sein könnte und je mehr Punkte zu sehen sind, umso deutlicher wird eigentlich, was ich da sehe und am Ende bei über einer Million Punkte ist es schon sehr, sehr hochauflösend und wahnsinnig komplex und vielschichtig. Das war eine riesen Überraschung. Es hat mich total gefreut. Ich habe es auch nicht erwartet. Es ist auch erst mein zweites Bilderbuch, das ich veröffentlicht habe und es war ein riesen Glück, eine riesen Freude. Ich freue mich vor allem auch, weil es ein Buch ist, das nicht eine klassische Geschichte erzählt und auch sehr abstrakt und sehr grafisch ist und aber trotzdem jetzt auch sein Publikum findet, viele Leser oder Zähler gefunden hat und das freut mich sehr. Ja, es geht natürlich nicht nur um das Zählen und um Mathematik, sondern es geht auch um das Konzept des exponentiellen Wachstums. Ein Konzept, das im Grunde sehr gut eigentlich die großen Probleme unserer Zeit auch beschreibt oder auch verständlich macht. Also die Frage des Klimawandels oder der Globalisierung oder die großen Umweltfragen unserer Zeit. Aber auch die Pandemie zum Beispiel basieren ja auf dem Prinzip des exponentiellen Wachstums. Das heißt, dass wir immer schneller immer größere Probleme bekommen, dass unsere Entscheidungen, die am Anfang noch relativ klein sind, mit wenigen Schritten durch diese exponentielle Kraft eine riesige Auswirkung erreichen können. Und das zu verstehen ist schon mal sehr wichtig und zu wissen, dass eben auch die kleinen Entscheidungen, wenn sie dann eben darauf angelegt sind, sich zu Lawinen quasi zu entwickeln, dass das eben große Folgen hat. Gleichzeitig glaube ich, dass in dieser Idee des exponentiellen Wachstums auch die Lösung dieser Probleme liegen könnte. Denn genauso wie sich Schlechtes schnell und immer stärker verbreitet, können natürlich auch gute Ideen, gutes Handeln, gute Ansätze sich sehr, sehr schnell verbreiten. Und vielleicht ist es auch eine tröstliche Idee, dass wir die Probleme unserer Zeit mit diesen guten Ideen auch vielleicht sehr viel schneller und besser in den Griff kriegen können, als es uns im Moment erscheint. Und auch wenn das nicht in diesem Buch erzählt wird, glaube ich, dass dieses Prinzip des exponentiellen Wachstums eben ein Prinzip ist, über das es sich lohnt nachzudenken und dass es auch lohnt zu verstehen und auch zu begreifen. eine große Sache. Amen.